Auf der Zugstrecke zwischen Ottmasingen und Wangenspreitenbach hat sich am Dienstagmorgen eine Störung ereignet. Pendlerinnen und Pendler, die am Dienstagmorgen von Aarau nach Zürich wollten oder umgekehrt, brauchten Geduld. Die SBB meldete am frühen Morgen eine Störung zwischen Ottmasingen und Wangenspreitenbach. Der Unterbruch wurde offenbar durch Gleisschäden verursacht. Betroffen waren die Linien TGV, SIC3, IC5, S42 sowie die ER35 der Südwestbahn. Untertitelung des ZDF, 2020